Ich könnte den Ofen benutzen, um es zum Kochen zu bringen. Ich habe in der Küche ein Teekäste. Ja, hier. So, hopp jetzt. Das Gas kommt nicht aus dem Tank. Ich muss ihn mit dem Ofen... Oh nein. Ich muss ihn mit dem Ofen verbinden. Alter, leck mich doch am Arsch. Okay, wir gehen erstmal in den einen Raum. Machen dann mit den Totems. Ähm, hier. So, leider bitte. Dankeschön. So, Totems. So. Setz die Figuren in die richtige Reihenfolge. Benutzt du das Buch über amerikanische Ureinwohner? Als Vorlage. Okay. Mhm, 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 mhm. Hey, wo ist denn das? Da. Wie können wir das denn... Wie können wir das denn sehen? Alter. Das, das. Also sollen wir das jetzt danach machen, ja? Die Figuren bilden Paare. Es muss einer Film inzwischen... Warum sind die Bilder so klein? Ich erkenne einfach gar nichts, alter. Guck mal, das ist richtig. Das mit dem Ding. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Mhm. Huch. Was ist hier denn los, alter? Repariere die Halskette. Ja, sieh ja. Gasschlau. Let's go, alter. Curry, schau genau hin. Du hast die Bilder vorm Auge. Ja, sieh ja. Ich hab einmal kurz gescannt eben, kurz. So, ich muss alle Juwelen der Halskette... Oh, Gott. Natürlich, die müssen wir dann da rein machen. Und dann passiert irgendwas, dann wird ein neues Tor zur Hölle geöffnet. Na klar. Natürlich. So. Wir gehen jetzt erstmal in die Küche und reparieren das Leck, weil das wird Zeit. So, zack. Schlauch hin da. Äh, Klebeband. Nee. Brauchen wir nicht? Okay. Ja, dann. Easy. Das Gas kommt nicht aus dem Gang. Ich muss mit dem Ofen verbinden. Da haben wir doch gerade... Achso. Es explodiert alles. Wir sind tot. Fall gelöst. Ich muss zuerst die Kette der Kellertür durchschneiden. Hä? Oh, nein. Nein, nein. Nein. Was können wir denn hier machen? Kette der Kellertür. Die Kette der Kellertür. Was können wir denn hier machen jetzt gerade? Da kommen wir ja gerade her. Aber hier können wir auch nichts machen, ne? Nee. Können wir hier noch was machen? Okay, wir kriegen da noch kein heißes Wasser hin. Ähm. Ich brauche Streichhölzer. Streichhölzer! Wo finden wir denn jetzt hier Streichhölzer, Alter? Streichhölzer. Oh mein Gott. Wir brauchen Streichhölzer. Was können wir denn hier machen? Habe ich da wieder irgendwas nicht gesehen? Das kennen wir doch nicht. Ich brauche den Code, um den C zu öffnen. Ja, wir haben den Code, aber nicht. Hm. Kann ich hier irgendwas aufnehmen? Nee, kann ich nicht, ne? Ich glaube, das ist die Tür. Ich muss die Kette irgendwie loswerden. Aber wie? Hier. Wir brauchen auch immer noch so einen Steinblock. Und den drehen wir bisher nirgendwo. Der Teddy ist süß. Ja, das stimmt. Das sind aber, glaube ich, gerade unsere geringsten Probleme. Äh. Hier fehlt noch der zweite Zeiger. Das können wir immer noch nicht benutzen. Können wir denn irgendwo ein Wimmelbild machen vielleicht? Wo wir das vielleicht vorher nicht machen konnten. Was können wir denn hier noch machen? Oh, der Teddy. Was können wir denn... Wow, wow. Toll. Cool, ey. Jetzt haben wir den Teddy benutzt. Mhm. Okay, das war's auf jeden Fall. In den Keller. Was können wir hier machen? Hä? Das habe ich doch gerade schon probiert. Ja, genau, Alter. Auf jeden Fall. Ey, ich hab's doch... Ich hab's doch gerade schon probiert, Mann. Ach, Spiel, ey. Manchmal machst du es aber echt auch zu schwer, ne? Das ist nicht schön. Ohne Witz. So. Ab in den geilen Keller, der irgendwie gruselig aussieht. Alles klar. Dieser Keller ist auf jeden Fall einladen. Was ist das? Rodos Buch. Ach, das ist für den Schrank. Nice. Was können wir hier machen? Was haben wir denn da? Urpendel. Jawohl. Das können wir auch gut benutzen. So, warte. Geht's noch weiter? So, was kommt da jetzt wieder für ein Imba-Schloss, Alter? Was... Hä? Was ist das denn? Ich fürchte, da fehlt noch etwas. Ja, dann suche ich doch und baue ich rein, bevor du das Spiel veröffentlicht. Du Kacken-Inwickler. Ich fürchte, da fehlt noch etwas. Ja, na toll. Cool, ey. Fehlt mir. Uuuuh. Okay, sonst können wir hier gar nichts aufnehmen, ne? Ne. Aber wir können ja immerhin ein paar Dinge jetzt tun. Wir können jetzt zu dieser Uhr gehen, können das Pendel da dran ballern. Und dann können wir ja ein Minispiel spielen. Das wollte ich gerade sagen. Ich bringe alle Uhrengewichte auf die mittlere Höhe. Ja, so. Jetzt? Was können wir jetzt? Achso. Cool. Pinselkachel haben wir gefunden. Nice, Alter. Cool. Das war's? Wow. Aber wahrscheinlich fehlt doch da immer noch zu viel, oder nicht? Oder können wir damit jetzt spielen? Ah, wir können spielen, Leute. Leute, wir können spielen, Alter. Bewege die Paare, bis die Bilder darauf übereinstimmen. Hä? Ah, okay. Okay, okay. Ja, ja, ja. Hier, zack. Da müsste das hin. Komm mal rüber. Nein, rüber, bitte. Danke. Das kommt auch da rüber. Zack, zack. Jawohl. Jawohl, Leute. Das ist doch komplett kein Problem für uns. Wir sind die Meisterdetektive, Leute. Wir machen alle kaputt. So. Hallo, schöner Keller, der echt ein... Hä, was? Guck mal, da furzt jemand durchs Fenster. Das Bild. Das Bild. Das Bild ist ja so geil, Alter. Ich will das Bild haben, aber mir jetzt immer aufhängen, bitte. Flasche. Flasche. Bügeleisen. Wir brauchen ein Bügeleisen, Leute. Vorsicht. Was müssen wir denn hier machen? Müssen wir vielleicht aufschneiden? Nee, doch wahrscheinlich, ne? Bügeleisen. Bügeleisen haben wir... Da hab ich doch grad gesehen. Bin so dumm. Da. Bügeleisen. Zack. Zwei Dinge auf einmal. Trichter. Trichter. Hier. Mach. Streichhölzer. Jawohl. Wenn wir die gleich nicht kriegen, ne? Kalender. Schiff. 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 Tischtennisschläger. Tischtennisschläger. Telefon. Telefon. Und Rache. Augapfel. Und eine Libelle. Nice. Und die Streicher sind wir gefunden. Jawohl. Let's go. Da können wir ja schön jetzt erstmal ein bisschen Tee kochen, ne? Erstmal wird jetzt Tee gekocht, Freunde. Wir müssen zwar den Mörder finden, aber wir kochen erstmal Tee. Aber wir brauchen ja, wir brauchen ja den Tee. Das hört sich an, als hätten wir grad irgendwie ein Tier verbrannt oder so, Alter. Egal. So. Wir machen den Vogel frei. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Vogelschlüssel. Wo war denn jetzt nochmal der Vogelschlüssel? Ach, der Rucksack, ne? Der Rucksack. Jawohl. Ab zum Rucksack, Leute. Der Rucksack. Jetzt bin ich gespannt, was da wichtiges drin ist. Bestimmt was ganz, ganz Tolles, was so ein Spiel mega gut weiterbringt. Wobei, das bringt uns eigentlich wohl weiter, weil damit können wir doch bestimmt bei der Tür was machen, oder? Warte mal. Hier, genau. Mit dem Lineal, natürlich. Na klar. Natürlich. So, so knackt man Türen, Leute. So knackt man Türen. Was für ein toller Klassenraum. Das scheint ein Geografie-Klassenzimmer zu sein. Da sind eine Karte, ein Globus und ein Modell. Hör mal. Du bist ein Meisterdetektivin. Du bist wirklich eine Meisterdetektivin. Das muss man einfach mal sagen, ne? Ach, wie cool. Lass uns Risiko spielen. Da fehlt wahrscheinlich noch was, ne? Teile des Modells fehlen. Natürlich. Was fehlt hier? Die größten Gebäude in der Geschichte der Menschheit. Cool. Können wir sonst noch was tun? Oh. Ein Globus. 32. Ups. Jetzt hab ich Schluck auf. Scheiße. Das Spiel verflucht mich. Der obere Teil des Globus fehlt. Ich muss ihn ersetzen, aber zuerst benötige ich etwas Klebstoff. Ja, haben wir doch hier. Hä? Und jetzt? Jetzt muss ich das fehlende Teil an seinem Platz stellen. Toll. Das Ding ist, bis dahin wird der Klima doch schon längst getrocknet sein, oder nicht? Scheiße. Wo ist denn der... Das fehlende... Oh Gott, ich hab jetzt wirklich Schluck auf. Scheiße, Mann. Hilfe. Ich sterbe. Ich muss die Luft anhalten. Warte, was können wir denn hier machen? Oh. 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 Was ist denn das Atlas-Stück? Ja, wofür? Wofür denn ein Atlas-Stück? Nein. Geh zurück. Ich will doch... Ach, Atlas. Warte mal. Wo ist denn hier ein Atlas? Was soll... Atlas, Atlas, Atlas. Können wir nicht hier irgendwas machen? Nein, jetzt bin ich da reingegangen. Scheiße. Huch. Was ist denn hier los, Alter? Wir brauchen gleich Zaubertränke, Leute. Was müssen wir jetzt da machen? Oh nein. Ich brauche den Code. Erraten werde ich ihn niemals. Probier doch einfach. Probier doch einfach mal aus. Ich stelle einen besonderen Trank her. Hä? Ich muss hier die farbigen Pulver einfüllen. Ach so. Wir brauchen also farbige Pulver. Okay. Wir brauchen farbige Pulver. Die kriegen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht, ne? Oh, warte mal. Vielleicht kriegen wir die da... Oh, guck mal. Akropolis. Was haben wir hier? Hinter dem Glas ist eine Schallplatte. Hä? Woher weißt denn du das, Alter? Ach so, das sieht man. Aber ohne den passenden Schlüssel kann ich sie mir nicht nehmen. Scheiße. Da ist zu viel Rost. Ich kann so nicht erkennen. Ich muss den Rost entfernen. Ja, na klar. Wahrscheinlich mit dem Zauberspruch, ne? Okay. Äh, was machen wir hier? Ich muss die rechten Tafelflüge reparieren. Dann kann ich ihn schließen. Warum sollte man ihn schließen wollen? Wahrscheinlich können wir das auch mit Isolierband machen, ne? Oder Kleber. Komm. Einmal Kleber. Okay. Wir kommen hier noch nicht weiter, aber wir können... Ah, ne. Wir brauchen noch die Freieststatue. Fick die Henne. Fick die Henne. So, wir können, können, wir können hier noch was machen. Was können wir denn hier machen noch? Oh. Ach, wow, Alter. Alter, ich würde doch diese scheiß Tafelseite nehmen und würde sie einfach umwerfen. Ich würde sie abreißen und dann würde ich doch einfach den Code sehen. Oder kann sie dann wieder nicht, kann sie wieder nicht anfassen. Boah. Warum macht man sich das denn so kompliziert? Mach doch einfach hier. Mach doch jetzt da so. Bitte. Wir könnten uns so viel Zeit ersparen. So, was soll ich jetzt hier tun? Ach, jetzt können wir da wieder wimmeln. Natürlich können wir da wieder wimmeln. Jetzt können wir da wimmeln. So, was brauchen wir? Ein Tiger. Eine Schnecke. Ein Schuh. Schuh. Pfeife. Ein Bart. Das ist zwar ein ganzes Gesicht, aber Bart. Okay. Ähm, Trockenblumen. Schlüsselanhänger. Keine Ahnung, was wir da gerade gefunden haben. Fernbedienung, Kabel. Und Trockenblumen? Hä? Warte. Globus-Teil. Cool. Danke, Spiel. Danke, dass wir jetzt endlich den Globus fertig kleben können. Wobei der Kleber wahrscheinlich schon längst... Ach, egal. Scheiß drauf. Und jetzt? Hä? Und jetzt? Hallo? Ich baue den Code, sonst kann ich ihn nicht öffnen. Oh, Alter. Oh, 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 oh. Ähm. Ja, okay. So, dafür... Wo ist denn das Atlas-Stück hier? Was können wir noch machen? Hier können wir was machen. Die Leiter ist fest angeboten. Ich muss die abschneiden. Ja, toll. Hier, mit Klebstoff. Mach das mit dem Atlas-Stück. Ey, das Geräusch, das regt mich jetzt schon auf. Was ist das denn jetzt? Wahrscheinlich fehlen da wieder Kabel. Hallo. Hä? Was sollen wir tun? Eine der Sicherungen fehlt. Ohne sie wird der Strom nicht angehen. Können wir nicht einfach isolieren? Ach komm, Alter. Ich esse gleich das Isolierband auf. Ja, da fehlt auch wieder ein Stück. Zylinderschloss. Sicher. Sicher, Leute. Sicher, Alter. Was können wir denn hier wieder machen? Was können wir hier tun? Oh. Eine halbe Atlas. Wo ist die? Ja, hä? Die haben wir doch hier. So, jetzt nimmt der Kleber sich auf. Wollen wir wetten? Kleber ist einfach weggeflogen. Kleber ist einfach... Einfach weggeflogen. Komplett weggeflogen. So, mach drauf. Und jetzt? Atlas. Ach, jetzt dürf... Ach, das Spiel... Wir dürfen jetzt wimmeln, Leute. Wir haben uns wimmeln soeben freigeschaltet. Ist das nicht Wahnsinn? Kamera. Aktentasche. Gib mir die scheiß Aktentasche, Alter. Wo ist die? Wo ist die Aktentasche? Hallo? Hä? Geht doch nicht aus den Spielen raus. Eine Aktentasche. Ja, hier. Das brauchen wir bestimmt auch. Das brauchen wir auch. Und das auch. Ne? Hier wahrscheinlich... Oh, cool. Äh, was haben wir hier noch? Oh, guck mal. Die Freistatue. Die werden wir bestimmt jetzt kriegen. Aktentasche... Hä? Da ist ein Fuß drin. Ach, komm, Alter. Ich frag gar nicht mehr. Aktentasche. Handabdruck. Wo ist der? Hier, Handabdruck. Den nehmen wir einfach mit. Den nehmen wir runter von der Kachel. Nehmen wir... Malen wir ab. Natürlich. Knoblauch. Kontonance. Kopf. Wunderschöner Kopf. Ball. Kerze. Hier. Gibt mir die Kerze. Gibt mir doch die Kerze jetzt, Alter. Mann, Spiel, Alter. Jetzt mal ohne Witz. Ja, danke. Jetzt können wir endlich das Rätsel machen. Komm. Auf geht's. Jetzt lass mich spielen. Ich muss alle Teile des Modells an den richtigen Platz stellen. Ja, das ist doch easy. So. Das kommt hier hin. Das ist doch nicht schwer, Leute. Was ist los mit euch? So. Fertig. Hä? Klicke in der korrekten Reihenfolge auf die Modelle. Achso, das ist das Rätsel. Ich dachte, das wäre schon das Spiel gewesen. Ja, geil, Alter. Okay, warte mal. Wahrscheinlich müssen wir jetzt... Die größten Gebäude in der Geschichte der Menschheit. In der korrekten Reihenfolge? Was heißt denn? Was macht denn diese Reihenfolge aus, bitte? Was macht denn diese Reihenfolge bitte aus? In der korrekten Reihenfolge? In der korrekten Reihenfolge? In der Entstehungszeit habe ich auch gedacht, aber wo sollen wir das denn rausfinden gerade? In der Größe von jeder Kontinent hat seinen eigenen speziellen Gebäude, die mit einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte der Kultur verbunden sind. Ich habe ein zerlegtes Modell mit Stücken wie diesen gesehen. Die Karte und die Modelle könnten mir mit dem Modell... Da würde die Versorgung verstecken. In der korrekten Reihenfolge? In der korrekten Reihenfolge? Scheiße! Och Mann! Okay. Achso, damit fangen wir jetzt an. Hä, was heißt denn das? Müssen wir jetzt zurück, oder was? Hä? Ich dachte, wir müssten jetzt halt, ähm... Ich dachte, das macht gar keinen Sinn. Wir mussten einfach von oben nach unten die ganze Zeit. Das war ja mega low. Das hatte gar nichts mit Zeitalter zu tun. Null. Ach, egal. Egal, wir nehmen diesen scheiß Stern mit und fertig. Ich dachte, wir wären die ganze Zeit richtig. Hier. Was auch immer das heißt. Wie soll man denn darauf kommen, bitte? Das war voll random, Mann. Das war richtig random. Wofür brauchen wir den Stern nochmal? Wofür brauchen wir denn den Stern jetzt? Was können wir hier machen? Oh, warte mal. Wir können den Atlas da reinstellen. Wir können den Atlas da reinstellen. Jawohl. Bücher. Und den Stern haben wir auch. Ja, nice. Progress. Grünes Buch. Wir haben zwei von zwei Büchern. Das heißt, wir können hier das Rätsel machen. Juhu. Wir kommen voran, Leute. Wir sind im Rätsel auf der Spur. 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 Wir sind im Rätsel auf der Spur.